Wenn du gesundheitliche Sorgen hast, dann sag es uns. Es ist sein Rücken. Ach, bin ich erleichtert, wenn's nur das ist. Nur das? Und wieso hab ich dann Rückenschmerzen? Tja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Bin kein Psychologe. Geht es Ihnen nicht gut? Doch, Spitze. Die Dinge laufen nicht wie geplant. Ach so? Ich muss dich leider vom Projekt ausschließen. Kein Wunder, dass du Rückenschmerzen hast, wenn du immer alles gebückt hinnimmst. Ich hab nur mal einen scheiß Kollegen, das ist doch nicht meine Schuld. Nein, aber du darfst dir nicht alles gefallen lassen. Es ist immer das Gleiche, genau wie mit uns. Was ist mit uns? Laurent? Alles okay? Kann ich heute Nacht bei euch schlafen? Für ein Paar ist nichts so gut, wie sich um einen depressiven Freund zu kümmern. Deine Probleme tun uns so gut. Im Moment verbringe ich sehr viel Zeit in Wartezimmern. Sie werden sehen, diese Frau ist beeindruckend. Nein, Sie sind beeindruckend. Was sagt Ihnen Ihr Rücken? Pardon? Suchen Sie, die Antwort liegt in Ihnen. Vielen Dank. Du bist nämlich manchmal ein bisschen weich, weißt du? Heute ist ein besonderer Tag. Ich werde alle Rechnungen begleichen. 1991 hat man mir hier die Haare verunstaltet. Ihr verdammten Forscherin! Was ist denn los? Du fragst mich, was los ist, ja? Noch nie hast du was Nettes zu mir gesagt. Na los, sag was Nettes zu mir. Los! Ich mag deine Frisur. Du bist starrsinnig, borniert, intolerant. Und empfindlich bist du auch. Du Scheißkerl! Oh, das hat gut getan. Tut's ihm denn kein bisschen leid? Ich glaube nicht.